um wenn du den Campers Beckmann um willst dann ja ja gut und das möchte es mir erst mal nicht so wie Stieg die Hose ja ich denke noch nicht so weit in die Zukunft heute nicht so dann will ich mal nach hier so mann drei Kupfer mehr brauche ich doch gar nicht mehr will ich doch nicht ich verlange doch gar nicht so viel naja habe ich mal wieder Uran gefunden, nehm ich mal das mit sagt ich bin irgendwie immer irgendwie Uran so Uran ja ja Uranium genau so da hinten ist Lava ich glaube da war ich schon mal sie müssen ja ein bisschen wieder Schausgänzeln mitgenommen hast du kannst du ein bisschen Lava für mich mitbringen alles weil es sowieso nur eine Lilla war selbst erledigen also sowieso nur so ein Lava denn das bringe sich so mega viele Punkte hohe und schutzmann die Richtung so Prozent und zu fächten war auf die nächste Tag bekommen Kupfer geben ja Kupfer gut jetzt muss ich in naja dann musst du da tun hier ist ja gar nichts so ähm was ist denn hier Jetpack noch zur zweiten Luft voll oh die Kiste die ich gleich noch nicht angeguckt oder yo lapislate, Kohle, Steel, Pickaxe, Kerosin, Ember und Coal Coke ist ja nicht verkehrt aber ich will Kupfer geben mir das Gold, Gold können wir auch immer gebrauchen war ja kann angehen nehme ich einfach mal mit ich habe ja noch eine Schaufel nehm ich mal so aha schaufel krass weit los äh da habe ich gerade mal fast versucht in Lava zu schwimmen ach so wenn ich das Jetpack nicht gab wollte ich gerade sagen Gott sei dank Jetpack ne ja so ich denke die Zombie Pigments denken sich denken sich schon auch oh Cheater ja wahrscheinlich gut jetzt habe ich von beidem 5 man so viele unbeleuchtete Gänge aber kein Kupfer Eisen ja Eisen ach nehm ich einfach mal mit weil ich es gerade kann aber das kann sagt aber das kann ja weil ich gerade Platz habe aber essen sollte ich auch noch das kann ich nämlich auch man so viel was ich kann äh ist das auch nur Eisen hm hm ein Spiel eine Truhe hin dauernd tun jetzt lasst du mal Kupfer drin Kupfer drin sein nein Cole und Steering Gott ja wow und Gold ist nämlich auch mit so geben mir so sehr schön sehr schön m licht m was haben wir denn das auch alles schwarz alles schwarz ich schaffe es jetzt geht doch sehr gut so oh ja ich liebe meine Schaub meine Schaub zwar war 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 Spinnenzweck in der Kirche untergucken äh ich habe schon wieder ein Spinnzimmern gefunden aber die Hälfte ausgelöst oder sieht so hell aus dann muss das Portal mei das ist recht hoch das hätte ich anfangs gedacht recht hoch recht weit oben ja gut dann nach oben hier Hopper Morten Lass mich in Ruhe spielen lass mich lass mich in Ruhe spinnen lass mich in Ruhe ich will doch nur ein bisschen ausleuchten wir wollen doch auch ein bisschen nicht haben so den Spornachdemark ich mir auch mal weil es kann Spornach das ist krank wie viele Spinnzimmern es hier gibt so in den Mienlingern so da kann ich gleich mal runter so Eisen 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 Licht das denn hier nichts nichts ah hier war ich doch vorhin ne ich find den blöden Ausgang nicht ganz ehrlich alle das war bei mir auch so ich hab mich ja dann ewig ich hab mich gerade verlaufen auf 10 Metern ah das war das wollte ich gerade hier hin ne ich war doch gerade woanders hin oder bin ich hier nicht hey komm mal da ne hä also jetzt bin ich so verwirrt gerade dass das schon wieder so schlimm ist ja doch runter ja die Zuschauer denken sich gerade bestimmt wie bescheuert ich bin ich hab mich gerade so verlaufen obwohl ich gerade noch genau da war wo ich sein wollte äääh was los hab ich noch nicht gefunden nicht sterben nicht sterben äh 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 mhm ah ja hier wollte ich hin ganz ehrlich ich kapiere nicht wo das scheiß Ding ist hm Spinner alles ist gut du willst jemanden Jetpack ist auch gleich leer das ist kacke zur Not pot sich ich halt raus ja mach mal eben das wäre super cool dann kommst du in der Höhle raus äh TPG verdammt ich glaube das geht aber gar nicht äh dimensionsübergreifend ja muss ich erst in näher kommen dazu muss ich erst mehr raus Alter das noch so ein verkacktes Spinnensporna ey das ist ja zum Kotzen ist das ja seit für euch die andauernd ganz im Ernst hab ich keinen Bock drauf ja zum wie halt die Fresse Spinner du fick dich einfach nur aus der Gedacht ich mir grad bei dem Gast so Scheiß Spinn ey wieviel verkackte uah ich hasse diese Baby Spinn weil die einfach überall durchkommen soviel Zeug mit wenn ich hier sterben würde ne wär ärgerlich wär das ärgerlichste was über creeper hallo hallo Creeper der oh noch so ne scheiß Spinne fick dich ach der Creeper ist schon noch gegangen gut nein spinn ich hab grad keine Zeit mit dir zu spielen auch keine Fackeln mehr ach doch ich hab noch Fackeln sehr gut ok ich hab doch mit dir 3 gut oh mit ihr auch 3.000 Energie in meinem Jetpack das ist schlecht dass er gewinnig auf dem Weg machen könntest ja gut äh muss erstmal ja gut ich mach mich auf dem Weg also schwebt auch nicht nicht gerade über Lava oder so ne ne gut dann geht's ja noch wenn ich irgendwo ein Brüttel kann ich ja ich muss ja echt noch rausfinden oh man ich bin ja gar nicht so weit entfernt von meinem Homebutton Ding da teilsch einfach mal hier lang und äh mal hier runter und gebiet hier oh ich bin schon wieder hier oh hier war ich noch gar nicht was ist denn eigentlich dieses schwarze Zeugs da dieses äh Tungsten Ohr keine Ahnung ich nehm's mal mit bist du gleich da? äh ja so gut wie nein warte mal ich muss erstmal gucken dass ich wieder zu meinem Homebutton zurückkomme inzwischen nehmen die noch ein bisschen Gold mit ah da da haben wir uns schon mal auch gebuddelt sehr schön das sieht hier gut aus das sieht hier gut aus ah so gut bist du draußen? fast 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 yeah uuuu so jetzt noch schnell hier lang oh mein Jetpack ist noch was ne ah ne noch 23.000 Euro das geht noch das geht ja noch ähm Mann Mann komm jetzt raus schneller 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 komm her raus kleine Maus mach dich nackig also jetzt zieh dich aus aber klar ach so du siehst du oh ne siehst du nicht so ist schon ich bin jetzt in Supporte mein Arm schlägt schon wieder ein na das kenne ich das hatte ich auch grad schon ich bin mich gestreckt und dann gingst du dann wieder so äh oh perfekt danke so wahrscheinlich war ich mega nah dran aber ich hab's aber nicht gecheckt ich brauch jetzt trotzdem noch drei verdammte Kupfer gucken willst du mal ins Haus gucken die Scrapform steht da schon so wie sie aussehen wird ja gut Mann drei Kupfer dann habe ich das low voltage steigen so gut wie fertig und ich weiß ah ja so sieht das aus ja ja da kommen die glasfaserkabel darunter ah ja alles klar gut kommt jetzt in jedem erstmal lava rein so so guck mal guck mal und jetzt wird hier Cobbles produziert ja das sehe ich da hast du ja ausgewählt und das wird dann ähm wird das jetzt schon von automatisch oder muss ich da engines ran die engines die bräuchte ich hier eigentlich die kann ich jetzt ja auch nicht sagen man 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 nur drei Kupfer mehr will ich doch gar nicht alter was war denn hier los hast du hier irgendwie mal ein paar bäume abgefahren und nur so halb stehen lassen äh ja gut ich dachte schon irgendwas schlimmes passiert so ich geh jetzt mal irgendwo anders hin und gehe da in eine Höhle hier war auch mal der blaue blaue baum war da genau da war nichts drunter genau ich wollte ja irgendwann noch Spinnenwebenbäume besuchen später wir wollten noch so viel machen ne mhm hier so viele möglichkeiten so ich geh mal noch da drüber Jetpack hat noch 18.000 letztlich gar nicht ach es regnet ja deshalb letztlich auch verdammt der Spinnenwebenbäume den hatten wir gerade eigentlich dann jetzt alle raus dann sind die jetzt schon im Hopper nö komisch mysteriös geht ich hier irgendwie weiter ja das sind wieder ganz viel Marble und so aber ich hätte gern Kupfer alter zisch abendem spinne 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 ich weiß auch ich habe eine gehört springt mich so von der Seite an ja dich sehe ich auch spende dich sehe ich auch aufs Maul er hat somit du kriegst auch noch wenn du willst und Schatz meine Schatz und das das ist glaube ich das muss Kupfer sein bitte lass es Kupfer sein ja dreimal Kupfer viermal Kupfer sehr schön jetzt kann ich mir meinen weißt du nur einmal kurz in eine neue Höhle und schon hat man Kupfer gefunden so schnell geht das gut jetzt wird ähm das Zeug in da reingepumpt ok dann kommt das da rein wird recycelt so sehr schön gut gut weil es noch keine Energie hat wie es noch zu von Koppel zu Koppel verarbeitet dann sieht es mal aus oh ich bräuchte noch ein paar Sterling Engines hattest du Lust? äh ich meinte Reston Engines ich meine das ja auch für dich hier ne ja ja warte ich ich mache erst mal mein mein Solardegner endlich fertig dann kann ich mal gucken äh wie sie es bauen dann noch Zombies zu dunkel oder was egal lass mich in Ruhe lass mich auch alle in Ruhe mein Jetpacket ja jetzt leer ohne Lüchth das ist ja schon der Turm den muss ich von außen auch noch beleuchten wenn man noch von der Ferne sieht und aus Prinzip schon aber später also gut wo ich bin in einer Regenwolke schade über der Regenwolke fühlt sich das auch nicht auf springer runter so Fall 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 knack ich bin da so ich wollte mir jetzt dann ups mein Camps Back mein Camps Back blank 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 blanked und plus kupfera rein so hier schon mal der und rein und da praktisch mal das sein was auch immer das ist weil es funktioniert nicht wenn dieses Tankstern Ohr schon weiß ich nicht für nix platz er ist er als diese lading an die partner meines war was wenn den Boden aufreißen Leo scheiß aufreißer du oh yeah an das die bauern ist so ich brauche erst mal gut holz habe ich ihn noch so 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 okay dann muss ich gleich eisen machen und daraus ein der jahrs mit trick system also ein bisschen schiebt einfach kabel so noch hier 1 so und dann so das ist ein low voltage sehr gut jetzt habe ich das solar panel das low voltage sehr gut das stelle schon mal auf und dann kann man das man kann doch auch die anschlüsse nach unten legen oder ja da brauchst du aber halt ganz ganz viel kabel ja ich bin ich jetzt einfach nur in den raum darunter legen ach so ja einmal man kann direkt unten anschließen eisen genau ich wollte ja gold machen nämlich die ersten mal im garten also das wird jetzt bauen eine redstone engine oder was sieben stück bräuchte ich hatte mal gucken wie braucht man die redstone engine auch das geht ja noch ich fange schon mal mit den holzrädern an wir brauchen und du brauchst sieben so dann brauchen wir also 28 holzräder 14 ne du brauchst 2 pro engine oder warte mal ja 14 7 mal 2 sind 14 es war ja voll verwirrt so ich hatte nur mir gerade noch doppel gemoppelt ja 14 tatsache es war ja gerade ich habe ich möchte bezogen 1 14 14 mit dem TV da 1 2 nach 4 5 7 mal sorry 9 er wird jetzt so 1 2 4 5 1 so jetzt brauche ich noch neun sticks ich brauche noch 18 eisen sogar noch nicht hätte ich auch wo ein gepackt glaube ich 8 so 14 redner am grenzer gerade gold gleich ja ich sagte ich habe gold mit ihrem so 14 renner so wie war das dann wir brauchen noch sieben pistens baumann auch aber dafür noch holz war natürlich wahrscheinlich nicht das war ich dafür auch noch und eisenbruch dafür auch noch reisen ist hier in der ablage für boste nicht ich muss die meisten hatte ich brauche noch jetzt ich brauche so hoch und noch hat aus dem holz meint so ich wollte damals hier nicht genug nicht genug um glas haben wir irgendwo ja in der linken ist was tun was schon noch mehr ok so dann die sieben eisen wie auch immer so rum jetzt brauche ich noch ein bisschen holz gehe ich mal ein bisschen holz form so viel ist es ja nicht ich denke jetzt hier der eine weapon bei mir sieht so aus wie wenn dann blitz anstieg ich denke ich jedes mal da ist ein dauerhafter blitz eingefroren das reicht ich brauche 1 20 holz ich hoffe das fliegt nicht in die luft das hoffe ich auch wir uns kacke ist ja am low voltage schnell her gut 1 und ja es ruckelt hat gerade auch als er als es aktiviert hat kurz gerugelt recht dazu ist bei mir nicht so und jetzt hier wird es hat Strom machte es so lebt machte Scrap so und aber echt mega gespannt so wie ging das weiter mit dem Ding der 1 und ich war noch sie sieben glas und noch mal auch noch mal 21 heute soll jetzt ein witz nämlich jetzt erst mal die verbindung kappig hast du zufällig sieben glas noch äh nope verdammt glas gut sieben glas hier noch mal zwei drei stückchen holz noch den mess fabricator packen wir denn immerhin er muss mit dem strom verbunden werden es sollte schon reichen das ist ja noch ein paar so ich bin kurz am Strand Korbel 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 Mainstrand 1 2 3 4 5 6 7 zu sein nicht verzählt sieben sehr schön dann back to the top damit jetpack ist leer es regnet ja immer noch leer ist leer es regnet deshalb gibt sie gibt außerhalb kein strom eine solarenergie so ähm so erstmal so und so und so und 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 was wollte ich machen ich wollte es so und so und für das ganze noch brennen 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 muss man kennt das Bec damit finden ich habe auch nicht ich habe nie ja meine Tasche ich habe nie so ist auch schnell das glas brennen nene es ist übrigens wieder sechs Kupfer ein 9 ich wollte es nur sagen dann wird so nennen dies aber echt ziemlich einfach zu bauen ist ja noch einfacher als die der Länge ich weiß die einfachste die ausbrennt schneller dann ist fertig diesen wird das hier quasi unser unser Maschinen vom oder was ich alles und dann können wir halt irgendwo unten richtig schönes Haus bauen hast du mir die Redstone Engine schon gegeben? nein mir fehlt eben noch das Glas ach so ähm was nen jetzt der Messer für Begräte? so, äh nein, falsch ist da so, sieben Redstone Engines wollte her haben da hat also danke hier fallen Steine raus ja das ist Überproduktion, das ist normal ich will nicht schon wieder Kabel zu einsammeln, die brauche ich immer nicht so, wie, wie, wie schließe ich jetzt das Voltage-Ding an, muss ich jetzt dieses Low Voltage, muss ich auch um Format dran bauen soll ich dir das gleich aufbauen? ja, ich, ich gucke da nochmal zu ok äh, es muss hier ne Pipe Moment mal es wird langsam auf und zu regnen, ich brauche Solar-Energie wo ist der Input? Energie Energie Alter, ne? Ach, so nein, was los? was ist los? die Messerbrücke ist beim Abbau und kaputt gegangen warte mal war das das nicht was du so ewig gebaut hast ja ohne und aufwandskraften das ist halt immer das risiko jetzt bräuchte wieder zwei von bullshit aus wird auch zu regnen ja energie energie mann so eine scheiße ist ich der bullshit um ich werde für eine kleine aufnahmepause und zu kehrs er will ich auch noch mal für wir haben auch schon ein ganzes stück haben wir um die drei stunden versorfen ja gut leute also kleine das haben jetzt gerade vor den rückschlag das soll erstmals das hier geben ich zu kotzen ja nicht wird also dann bis zur nächsten folge rein tschau